hallo meine lieben zocker da draußen an den monitoren und an den handys ja ich möchte mal wieder mit euch eine runde blumen spielen und zwar habe ich mir so gedacht habe mir gedacht gedacht wir spielen mal auf mastery denn das habe ich schon lange nicht mehr gemacht mal schauen dass ich da noch reißen kann da wäre noch etwas und es ist ja alles zu leicht ein bisschen was schwereres machen aber alles anfänger nein mal sehen bei fortgeschrittenen da werde ich meine lieblings wird was ist das denn du musst die anfänger ach da kann ich noch gar nicht na gut ja gut in earning dann nehmen wir rosswell ja neben rosswell auf schwer erst mal auf schwer so jo mitgenommen habe ich den wurffeilaffen den setzt wir auch gleich mal ein so und dann lass ihn schon mal scharf schuss kriegen schon mal messer scharf schuss und die reichweite spare ich mir noch auf mal gucken wie weit wir damit kommen da kann ruhig bisschen schneller sind zwar schon die blauen aber es ist nicht trage guck mal den habe ich umsonst und weil ich den umsonst habe ich die natürlich auch einsetzen schuss und dann schon mal die reichweite verbesserte sich man kann ja nie wissen so weiter geht es schneller schießt noch schneller reißnagelsprühe und super ding so super ding und weiter geht es ja da kann ich ruhig noch einen nehmen ich stelle hier schon mal einen scharfschütze in die ecke ich weiß ja nie wofür das mal gut sein kann der soll schneller feuern ja soll schon mal schneller feuern nachtsicht gerät hier aus gut jetzt spare ich erst mal die brauche ich nicht sparen ich habe es ja aber ich muss ein bisschen mehr mehr geld für haben sonst geht das nicht die kanone geht die habe ich umsonst aber erst mal den hier den zweiten hier hin alle schüsse und auch da alles aber auf stärksten bitte so ja das ist runde 11 weiter und noch einmal dann nehmen wir schon mal den bombenturm gut auf stärksten bitte streubomben und mehr kann er jetzt momentan noch nicht auf 430 größere bomben naja ich werde mir eine palme können denke ich mal bei schwer werde ich mal eine palme können erstmal hier direkt die palme dauert ja noch so ein bisschen was kostet die überhaupt mal gucken 1080 in der zwischenzeit nee gar nicht in der zwischenzeit ich hab's ja so wie kommt hierhin und damit ich nicht immer so so darauf achten muss mit den bananen einsammeln kommt da mein spezialagent der bananen bauer den werde ich da mal hin neben setzen gut dann habe ich das ein bisschen leichter auf stärksten kann er ruhig gehen jawohl irgendwas wollte ich doch die banane die banane habe ich die banane habe ich ja jetzt habe ich noch mehr bananen so sieht es aus wir sind bei runde 20 zufrieden kann ich noch nicht sein noch lange nicht ich brauche dann mal irgendwas ganz kräftiges am besten hier noch eine kanone kanonen sind immer gut irgendwann dann natürlich auch noch mal einen anderen hier so ja größere bombe und dann habe ich auch gleich den raketenwerfer fein und war der weiter grüß nummer 25 runde 25 hm ach guck mal hier der ist auch gut der ist auch gut hier der ninja affe so spitze schummiken suchende ungleich ablenkung doppelschuss ja und ob ich noch eine zweite banane will nö will ich nicht nicht unbedingt ja wir machen noch mal einen weiter und können da können wir doch schon mal einen zweiten nehmen aber sicher doch einen zweiten so gut am stärksten natürlich hier ist auch wieder einer frei kommt da am besten hier vorne gleich hin ja jawohl und dann bis ich den jetzt auf stärksten nehmt so sieht's aus so ich habe noch ein fein noch so ein fein noch so ein fein und ich brauche was für die keramik habe ich mir so gedacht auf die keramik mal zu dann brauchen wir hier den morlock da habe ich ihn schon da habe ich ihn schon und ein scharfen schuss und der nächste kommt auch gleich so das ist schon mal sehr gut ist auch runde 34 immerhin schon hier kann ich noch gar nichts weiter machen aber ich warte 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 nein da geht noch gar nichts ach mönch da geht noch gar nichts aber momento ein dörflein wo stellen wir das hin das ist nicht so pralle ach das macht aber nichts so das dörfchen und weiter gleich das leuchtfeuer geht nix ähm ich möchte jetzt hier gut wieder braucht er noch nichts weiter ähm ja ich denke ich nehme doch mal ne palme wo kann die denn noch hin da über ne ja das ist sehr gut das passt das passt hier irgendwas hier dschungeltrommeln das hier mit aus immer noch nicht nein das ist noch nix ja warte mal die haben wir da geht auch nichts weiter um anzusehen und hier ne der muss ich nochmal es ist ja alles jetzt kommt tiefe oh 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 hast du nicht gesehen und so weiter und so fort warte mal jetzt muss ich überlegen ich mache erst mal hier einmal große und dann hier noch mal bisschen mehr geld hat das natürlich riskant ich weise hier noch ganz schnell so ein burschen stärkste das ist gut kann ich gar nichts machen hier feuerring schnell feuerring oder ist immer so riskant alles hier die dinge habe ich auch noch nicht gleichen zweiten oder oder noch mehr wie noch eine kanone noch eine kanone leute und die kommt wo kommt die hin kommt hier hin die kanone so das ist ganz wichtig gewesen hier geht auch noch nichts kann ich hier schon mal ein war einer nützt mir gar nichts nehmen die alle wie lässt man das ist das kann es gut so hier noch den hin moloch noch so und denn ja jetzt kann ich ein wenig so schon mal gleich noch ein scharf schützen das ist gut das ist gut jetzt das ist dringend noch nicht da kommt ja noch einer hin so gut und ablenkung schnell 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 und hier die und hier die und die niesen wenn ich kann ja kann ich oh 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 so ich hab noch einen frei aber mach ich noch nicht so schnell wir brauchen das unbedingt da ist nix da hier können die noch einen so uiuiuiuiui hm 1 2 3 4 5 Nummer 6 gut so vollschuss sowieso ja auch gut kann ich da was machen halbschuss gewehr ja macht ja nix halbschuss war das halbschuss mhm 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 gut jo 22 so wie viel rund 51 und 50 jetzt hier hab ich jetzt gar nix gemacht oh 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 und ich guck nur zu naja aber es geht noch es geht noch und jetzt hab ich so viel das ist schön das ist schön hier brauch ich ja gar nix weiter aus ne ich mach auch erst mal mein Super Monkey hier hin da hin erst mal den so Reichweite brauche noch nicht nein so dann kann ich den und dann hier ne da geht noch nix jetzt jetzt wenigstens etwas wenigstens etwas wenigstens etwas so hier müsste ich jetzt noch weiter kommen gut hier noch schnell so oi 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 für dich kann ich noch nicht kann ich noch nicht kann ich noch nicht da hab ich drei ja ja da ist der platz aber nur die blooms ich brauche jetzt aber ein für die mobs und so viele mobs da brauche ich was ich hab was gesehen so gut momento jetzt geht das los mhm mhm ja wenigstens ein blitz der wird nein wir nehmen den atem des Trafen oh 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 gleich noch mal hin mhm mhm so Oh, jawoll. Oh, das ist spannend, Leute. Ich müsste hier auch noch was weiter machen. Ja, das war ich auch. Und hier, der muss auch weiter. Aber das Geld habe ich noch nicht. Das Geld habe ich noch nicht. Aber jetzt habe ich das. Gut, Reichweite noch mal ordentlich. Und dann kann er weiter hier. Mal gucken, ob ich jetzt schon mal so ein... Ja, einen haben wir. Lass ihn fliegen. Lass ihn fliegen. Einen brauchen wir noch vor den zweiten. Lass ihn auffliegen, ganz schnell. Uiuiuiuiui. Wie geht das jetzt hier weiter? Halbgewehr. Er hat nicht so viel, aber ist ja nicht so tragisch. Hier haben wir noch einen kleinen... Warte mal. Warte mal. Ne, wir töten. Und hier gibt es uns da. So. Oh, kann ich denn hier noch irgendwas machen? Radarscanner. Ach, ich habe da so viele Breikonics weiter. Das ist gar nicht so wichtig. Die Seite wäre wichtiger jetzt. Hm. Warte mal. Oh, hier kommt der schon. Kommt der schon. Schnell. Lass ihn fliegen. Gut. Boah. Ey, ey, ey. Ja, warte. Wie sieht es mit dir jetzt aus? Rubo. Könnt ihr den Rubo nehmen? Und wenn ich dann ein bisschen warte, könnte ich hier... Und ich könnte es auch ganz anders machen. Ich kann auch noch... Darf ich zwei? Wenn ich hier nochmal einen Stunt nehme... Ach, das ist so schwierig. So. Und dann kann ich ja immer noch diesen... Oh, wo Affen hier nehmen. Gut. Und weiter geht's. Ja, ich brauche meine... Ich brauche meine Beine. Ja. Geht aber noch so. Das ist noch sehr, sehr gut. Oder schon sehr, sehr gut. So. Und dann habe ich mir gedacht... Eins, zwei, drei, vier... So. Dann nehme ich... Och ja, dann nehme ich noch einen Scharfschützen dazu. Ich finde ihn nämlich sehr gut. Machen wir. Tödliche Präsentation natürlich. Gut. Gut. Die beiden fliegen lassen schon. Und in der Zeit aber schon neuen kaufen. So. Hat nicht ganz gereicht. Hat nicht ganz gereicht. Ach, jetzt. Lass dich schnell fliegen. Wo bist du? Wo bist du? Hilfe! Da. Drachen! So. Phönix. Lange Phönix. Oh. Oh, 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 oh. Eu, 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 eu. Die haben wir, die haben wir, die haben wir. Gut. Hier sind wieder zwei frei. Aber das bringt ja nicht viel, ne? Die bringen ja nicht so viel. Doch. Die bringen doch. Wenn sie nachher... Pass mal auf. Wann die was bringen. So. Eine noch. Dahin. Na komm schon. Auf stärksten am besten. So. Gut. Und dann, dann mal weiter. Eins, zwei. Äh, noch eine Runde. Die traue ich mich einfach. So. Komm schon. Super Fanclub. Oh, das ist gut. Ja, eins, zwei, drei. Alle drei am besten fliegen lassen. Oh, ne Fanclub. Oh, 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 oh. Ui, 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 ui. Oh. Du liebe Zeit. Du liebe Zeit. Warte mal. Was geht da? Da geht nix, ne? Da geht wirklich nix. Ist das tragisch? Nein, ist das nicht. Was mach ich? Ich verkauf den mal. Verkauf den. Nein. So, passt auf. Dann auf stärkst natürlich. Jawohl. So habe ich mir das nämlich gedacht. Und weiter geht's. Es wird jetzt immer schwieriger. Es ist ja auch klar. Nehmen wir erst mal zwei nur. Um gleich diese Affengeschichte da. Die Super-Effengeschichte. Und dann bin ich rum, ne? Dann bin ich rum. Jawohl. Ähm, gut. Gut, gut. Was kann ich dann noch? Das bringt nix weiter. Ach, ich werde die mal weitermachen. Ja. Auch gleich mit der tödlichen Geschichte hier. Gut. Scharfschützen. Wunderbar. Und weiter geht's. Es ist nur einer. Es ist aber nicht tragisch. Ja, jetzt kommt der wieder. Ah, ich verrasse euch. Gut. So, die Monkeys. Und den hätte ich gerne hier. Schön. Was kann ich hier denn? So, das ist das, was ich endlich wollte. So, weil ich den Energieturm möchte. Dann sind die Akkreds auch viel besser. So, gleich die beiden. Und hier gleich die Supermonkeys. Alle Mann. Alle Mann, ja. Haha. Oh, da. Einen kann ich nur. Warte mal. Wie sieht das jetzt hier aus? Jawoll. Prima. So habe ich mir das auch gedacht. Runde 69. Und da habe ich nix. Da habe ich nix weiter gemacht. Och, ist auch nicht so wild. Ich habe aber zumindest schon den. Der ist gut. So. Schon mal fliegen lassen. In der Zwischenzeit noch ein. So, fliegen lassen. Wo bist du? Gut. So. Jawoll. Prima. Und weiter geht's. Ach, und der 71. Was habe ich hier denn? Noch nix. Einen neuen. Einen neuen. Ja, warum auch nicht, ne? Einen neuen. Gut. Dann kann ich da schon zweimal. Mach ich auch einmal. Und dann nochmal gleich. Und hier die 3. Wunderbar. Kann ich doch den 4. Natürlich. Den 4. 10. Und die 72. Jujujuj. Es ist da. Noch gar nix. Und beide. Und jetzt gibt mir mal die 3. 1, 2, 3. 3. So. Ui, ui, ui. Und jetzt endlich. Endlich habe ich die Bananenforschung. Das Zentrum habe ich endlich. Damit ich ein bisschen mehr Kohle kriege. Gleich hier weiter ausbauen. Ja. Da habe ich genug. Da brauche ich nichts mehr. Hm. Kanonen auch nicht mehr. Flugzeug. Nö, das will ich nicht. Ich nehme noch einen schönen Zauberer. Der passt doch wunderbar noch rein. Äh. Ja. Im Moment kann er noch nicht. Weiter. Aber. Das kommt mal so. Hm. 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 Alles gleichzeitig machen. 1, 2, 3. Jawohl. Ui, 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 ui. Und jetzt beide. Seid ihr ready? Jawohl. Ihr seid ready. Und auch ready? Jawohl. Auch ready. Euer Mann, 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 Ui, 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 sag ich. Was nun? Nun, 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 nun kommt noch so einer. Pass mal auf. Nee, der kommt da nicht. Der kommt hier drüben hin. Hat ja noch die Reichweite. Ich muss sehen. Ich muss sehen. Oh ja. Sehr gut. Sehr gut. Einmal. Zweimal. Jib. Dreimal. Viermal. Robo. Und. Und mehr geht's. So. Noch. 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 Eins. So. Drei. Drei von den Adlern da. Von den Flattermännern. Und hier. Und gleich noch mal ein paar Adler da. Adler. Flattermänner. Der kommt, flattert schön. Und hier wieder. Gut. Ja, sehr gut. Wo ist mein? Wo ist der richtige? Ach, hier ist er. So. Mr. Terror. Wunderbar. Sehr gut. Sehr gut. Phönix. Oh, entschuldige, Mr. Phönix, dass ich dich Adler genannt habe. Kommt nicht wieder vor. So. Zwei Phönixe. Und zweimal davon. Und jetzt noch mal gleich Phönixe. So, dann nehme ich drei Phönixe am besten. Ja. Mittlerweile könnt ihr hier noch so. Und hier. Eins, zwei, drei. Mond, 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 Mond. Habe ich da noch einen? Nee, ne? Nee, nicht mehr. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Dürfte eigentlich gar nicht mehr viel passieren. Hier noch mal einen Stand rein. Werden betäubt. Ja, ich nehme so eine Betäubung da rein. Genau. Und weiter geht's. Erst mal zwei davon fliegen lassen. Denn die erstmal. Denn hier nochmal die drei. Denn da die zwei. Hier zwei. Da wieder zwei. Hier zwei. Nee, alle drei. Wow. Wow. Und, weil's so toll war, nehmen wir gleich noch welche. Gleich noch ein paar Magier. Das ist, ne? Dann haben wir nämlich noch, noch, noch. Wir brauchen ganz viele Phönixe. Hm. So. Noch ein Phönix. Und, weil's so schön ist und ich das kann, nehmen wir auch nochmal ein Scharfschützen. Aber, hallo. So. Oh. Guck mal, hier ein Mordkrüppel. Ein Mordkrüppel. Mordkrüppel. Kann ich hier auch noch einen? Ja, auch ein Mordkrüppel. Noch ein Krüppel. Nee, nix mal mit dem Mordkrüppel. Es ist vorbei mit der Krübbelei. So. Drei. Zwischendurch den mal. Ja. Ja. 180. 180. So, Bananenforschung und dies alles. Bum. Bamborium. Und noch ein, der den mal ein bisschen aufhält. Hier habe ich noch einen, das nützt. Das nützt gar nichts. Nein, wir werden jetzt erstmal die drei nehmen. So, und da zwei von. Nochmal zwei. Ist er noch ein Grüner unterwegs. Jawohl. Er ist noch ein Grüner gewesen. Gewesen. Er ist gewesen. Er ist Geschichte. Er ist sowas von Geschichte. Und, ja, jetzt kommen wahrscheinlich aber nur noch Mobs. Macht nix. Ich nehme trotzdem Kleber. Das macht nix. Ich nehme hier noch ein Kleber hin. Aus dem Anfang Grunde. So, und auf der linken Seite Blumensverdünner. Wunderbar. Und den Krempel. Das ist gar nicht so verkehrt. Wie bei der Kipps. Drei. Und die alle. Den. Wieder drei. Gut. Gut, gut, gut. Was Muck wie nun? Was Muck wie nun? Wir werden den dann noch einen Stopper nehmen. Hier noch einen Stopper nehmen. Gleichzeitig noch einen. Warte, 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 warte. Da oben hin. Und dann noch einen. Da hin. Erstmal den hier aufpimpen. Sag ich ja immer, ne? Und den hier auch. Gut. Am stärksten natürlich. So. Oh, da hab ich ne ganze Batterie dafür. Ja. Hab ich noch den Griff? Hab ich noch den Griff? Hab ich den Griff? Brauch ich nichts machen. Wunderbar. 83. Wuh. Das ist spannend. Was könnte ich denn noch machen? Da hab ich die drei, ne? Jetzt hab ich wieder einen Freien. Kommt da oben gleich hin. So. Alle Schüsse. Und auch Superaffen-Fan-Club. Der Fan-Club ist ja immer ganz wichtig. Und dann geht's weiter. So. So, den Fan-Club. Den Fan-Club. Und gleich mal drei davon. Fan-Club, Fan-Club. 1, 2, 3, 4. So, Fan-Club. 1, 2, 3, 4. Boah. Letzte Runde. Und Verkäuben. Verkäuben. Schnell. Verkaufen. Verkaufen. So. Noch einen neuen. Hin. Sonnengott oder den anderen? Oh, wenn ich das jetzt wüsste. Wer ist denn besser? Wer ist besser? Ach, ich nehm den Sonnengott. Sonnengott. Und, 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 und. Hier. Hier nehmen wir auch noch mal ein. Einfach, weil ich das... Nee, da geht ja gar keiner mehr hin. Warte mal. Wo war das? Da. Da. So. Da haben wir alles genug. Da haben wir auch genug. Hier haben wir auch genug. Jetzt müsste das klappen. Müsste das klappen. So, erstmal hier. Ja. Boah. Das war aber gar nicht mal so einfach. Da musste ich ganz schön rumtricksen. Aber immerhin. Ich hab's geschafft. Wer sagt's denn? Prima. Gut. Und das nächste Mal mach ich den... Nee, dann kommt noch ein Satz. Zwischendurch. Dann kommt ja noch mal Mittel. Mittel und dann unplatzbar. Jo. Damit wir dann da hinten mal weiterkommen. Ja, meine Lieben. Das war's erstmal. Ich bedanke mich ganz herzlich wieder fürs Zuschauen. und sage Tschüss bis zur nächsten Folge, die ich noch hier im Laufe des Nachmittags machen werde. Tschüss ihr Lieben. Höchst du mit innen. Süree. Tschüss. mostly Vielen Dank.